17. Spieltag in der A-Junioren-Bundesliga Nord-Nord-Ost. Der Tabellenzehnte St. Pauli empfängt den Tabellenführer Hertha BSC Berlin. Und auf diese beiden Spieler schauen wir besonders. Irwin Pfeiffer im Trikot der Kiezkicker, Kapitän der Braun-Weißen und auf der anderen Seite Arne Meier, ebenfalls Kapitän und seit Anfang des Jahres mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Rein in die Partie. St. Pauli von links nach rechts mit einem forschen Start. Flanke, Kopfball, Fallrückzieher und Klingelingeling. 1 zu 0 St. Pauli. Robin Meissner mit feinster Flughaltung lässt Leon Schafran im Tor keine Chance. Seit 2012 ist der junge Mann für St. Pauli auf Torejagd und das ist wohl eines seiner schönsten Tore hier. Pauli weiter gut in der Partie. Steht hinten tief, kontert schnell vorne und provoziert so auch Standardsituationen. Jetzt Pfeiffer. Macht den langen Weg und belohnt seinen bis dato guten Auftritt. 2 zu 0 für die Kiezkicker. Pfeiffer bessert damit seine Statistik auf und trifft zum siebten Mal ein wichtiger Tor-Garant für die Boys in Brown. Und Arne Meier? Der versucht das Spiel an sich zu reißen, aber bisher noch ohne Erfolg. Hertha vom frechen Auftritt der Hamburger überrascht. Wir springen in den zweiten Abschnitt. Pauli steht tief. Hertha bestimmt das Geschehen. Der Ball kommt auf der starken rechten Seite zu Zugrafakis und es steht nur noch 2 zu 1. Kein unbeschriebenes Blatt dieser Nikos Zugrafakis. Beweglich, brandgefährlich, hier mit seinem siebten Saisontreffer. Hertha will jetzt mehr und Paulis Abwehr gerät weiter unter Druck. Freistoß Berlin. Florian Krebs und der passt. Mehr als die Fingerspitzen bekommt Burgemeister nicht an dem Ball. Traumtor des Mittelfeldmotors. Florian Krebs, ja nicht unbedingt für das Toreschießen bekannt, aber hier macht er seinen zweiten Saisontreffer. Jetzt läuft ein Angriff nach dem anderen. Initiiert von Arne Meier. Schöne Kombination und Sidney Friede verpasst. Der sonst so gefährliche Stürmer heute ohne Durchschlagskraft. Und Berlin macht weiter. Nutzt jetzt die wachsenden Löcher in der Hamburger Verteidigung. Kiprit lässt sich nicht bitten und schwupp, da ist die Führung. 3 zu 2 für die Hauptstädter. Spiel gedreht. Mohamed Kiprit trägt sich ein in die Liste der Torschützen. Mit jetzt 14 Treffern führt er die Torjägerliste weiter an. Der talentierte 17-Jährige hat schon für die türkische U19-Nationalmannschaft gespielt. Und ist er der designierte Ibizevic-Nachfolger? Dann ist Schluss. Pauli kann sich nicht mehr zurückkämpfen. Und die Hertha gewinnt am Ende verdient mit 2 zu 3, auch weil die Hauptstädter im zweiten Abschnitt richtig aufdrehen. Kapitän Arnemeier und seine Truppe bleiben also weiter Tabellenführer. Musik Musik Musik